Und wir gehen hier in unserem Programm nahtlos über in die traditionellen Lightning Talks. Wer hat noch nie Lightning Talks mitbekommen? Mal die Hand hoch kurz. Ja, das sind zum Glück nur noch ganz wenige. Sehr gut, aber wir werden gleich auch noch erklären, wie es funktioniert. Ich würde diejenigen von euch, die entweder online oder vor Ort einen Lightning Talk machen, bitten, sich, wenn sie dran sind, ihr müsstet das eigentlich alle wissen, schon mal so ein bisschen hier nach vorne zu begeben, damit wir möglichst schnell die Übergänge schaffen. Ihr bekommt hier ein Handmikrofon, damit ihr gut zu hören und zu sehen seid. Und ich mache mal hier gerade, schalte mal hier um. Und ich sehe, dass wir zu sehen sind. Genau, Lightning Talks heißen so, weil sie wie ein Blitzgewitter ganz, ganz schnell sind. Und ich mache jetzt sozusagen mal den allerersten Lightning Talk für euch, damit ihr seht, wie das funktioniert. Ihr, die ihr online seid, ihr müsstet, im Spotlight ist der Raum. Und das, was ich jetzt mal starte, ist unser Timer. Das heißt, sobald ich den Timer für einen Lightning Talk starte, kommt da so ein kleiner Timer oben drüber und es laufen außen so kleine Bombenzündschnüre. Also das heißt, Lightning Talk heißt erstmal, wir haben ein ganz, ganz hartes Zeitmanagement. Wer das nachlesen will, ich habe den Wikipedia-Link verlinkt, das müsst ihr nicht. Was wir machen bei den Lightning Talks ist, ich kündige alle Lightning Talkies, also Talker, Talkerinnen mit dem Namen und dem Titel an. Ich hatte die Antje Holst noch angeschrieben, ob sie noch einen Lightning Talk eingliedern können. Wir haben am Ende tatsächlich einen Slot noch frei. Also wenn ihr wollt und keine Folien braucht, könnt ihr den letzten Slot dann nehmen. Die Rednerinnen müssen alle den Zeitplan selber im Blick haben, sich bereithalten, kommt hier schnell auf die Bühne. Wenn ihr hier vor Ort seid, klickt ihr die Folien einfach weiter mit der Pfeiltaste nach rechts hier vorne. Wenn ihr online seid mit dem Lightning Talk, könnt ihr euch überlegen. Entweder ihr übernehmt die Steuerung in Teams, dann könnt ihr selber klicken oder ihr gebt mir ein kurzes Signal, dann klicke ich für euch die Folien weiter. Genau, den Countdown hatte ich erwähnt. Ganz, ganz wichtig. Wenn der Countdown sozusagen runterläuft, die letzten fünf Sekunden, das sagt ihr hier im Raum, zählt ihr den Countdown runter. Also ihr sagt 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dann gibt es einen großen Applaus für den Lightning Talker und dann kommt der nächste. Also das ist unser hartes Zeitmanagement. Wir probieren das mal aus. Schön. Perfekt. So funktioniert das und das könnt ihr mit mir jetzt nicht machen, weil ich bin in der Zeit geblieben, also ich bin rechtzeitig fertig geworden. Okay, dann sehe ich aus meinem Augenwinkel schon den Thomas Schmidt, der hier bereit steht, der uns den Lightning Talk geben wird, gemeinsam mit KI eine Artikelzusammenfassung und einen Social Media Post erstellen. Deine Bühne, Thomas. Sekunde, ich stelle dir noch die Zeit neu. Sauber, weil das kein Druck ist, da herin. Das ist das erste Mal, dass ich über 120 Leute präsent bin. Ich bin ein bisschen nervös. Ja, ich bin ein bisschen nervös, aber keine Angst, ich stelle mir niemanden da herinnackig vor. Geht das? Schauen wir mal. Jawohl. Du kannst einfach, warte mal, Sekunde. Sekunde, einfach die mit dem. Ah, geht da. Ja. Ja, jetzt fährt mein Rechner rund. Jetzt muss ich es aus dem Kopf raus machen. Okay, also ich bin der Thomas Schmidt. Ich bin begeisterter Papa. Meine Kinder sind so ziemlich das Wichtigste für mich auf der Welt. Ich bin ein leidenschaftlicher Guide bei Continental. Das Ganze hat mich auch an viele Stellen gebracht, wo ich heute bin. Und ich bin ein bekennender Tech-Nerd. So, der Tech-Nerd hat mich dazu gebracht, dass ich mal mit diesen Gadget-Gedanken angefangen habe, wo ich also den ganzen Zeigerzeit habe, wo ich so an technischen Gadgets umeinander liegen habe. Der Tech-Nerd wiederum hat mich allerdings auch dann dazu gebracht, Interesse an unseren Gemeinderatssitzungen zu haben, weil bei uns in der Gemeinde soll es nämlich einmal einen Breitbandausbau geben, der nicht ganz so gelaufen ist, wie ich mir das gedacht habe. Und jetzt haben wir mir gedacht, jetzt schauen wir mal, was den im Gemeinderat machen. Worauf ich 2020 den Karls-Krom-Politik-Info gestartet habe, wo ich über die Gemeinderatssitzungen schreibe. Und jetzt finden wir den Bogen zum KI-MUG, weil diese Gemeinderatssitzungen, über die ich schreibe, die Berichte haben ganz gerne mal 3.000 bis 5.000 Worte. Und eigentlich, das Letzte, was ich mache, ist, ich schreibe die Einleitung zu den Ganzen. Die Einleitung soll, also eine Zusammenfassung dessen ergeben, was, wo ist denn eigentlich, ah, da, dass ich bloß Zeit nicht verliere. Drei Minuten. Die Einleitung soll, also dann so eine Art 200-Worte-Zeitungsartikel geben, wer das gelesen hat, weiß grob, was los war. Im Artikel selber gibt es viel mehr und gibt es wesentlich mehr Details. So, jetzt war es also so, dass ich mir gedacht habe, ja, so eine KI-Geschichte ist doch genau das Richtige, um so eine Zusammenfassung zu erzählen. Ich meine, die Fakten sind ja alle da. Also habe ich ganz blauäugig einfach mal angefangen gehabt und habe den Artikel, was ich geschrieben habe, hochgeladen und habe gesagt, ja, schreibt mir mal eine Zusammenfassung. Die Zusammenfassung war so weit, brauchbar, dass es zumindest im Anschluss mit kleinen Änderungen habe ich verwenden können. Jetzt kommen wir zu dem coolen Move, der dann irgendwo sich dann für mich mit ergeben hat und wo ich, naja, ich bin aus dem technischen Bereich, einfach mal so ein Flow-Diagramm gemacht habe, für die, die technisch unterwegs sind, ja, das ist eine Endlosschleife, aber das ist da herin nicht so ganz wichtig. Also, wie fange ich so ein Prompt-Ding? Oh, wie läuft mein Prompt-Prozess im Moment ab? Ich habe eine Aufgabe, die ich in der KI stelle und wie man in diesem KI-Leitfaden drin gehabt hat, haben die Persona, also die Rolle ist eigentlich dann ganz wichtig. Damit erarbeitet sich dann ein Vorschlag beziehungsweise in der Aufgabe selber und das ist das, was wir an der Stelle mit herbringen. Ich gebe normalerweise dann dieser KI die Aufgabe, naja, wenn du mir diesen Vorschlag erarbeitet hast, bewerte doch das, also passend zu der Rolle. Jetzt schau nochmal kritisch drüber, bewerte das mit 1 bis 5 Sternen, klassisch Amazon-mäßig und sag mal, was bräuchtest du denn noch an Zusatzinformationen, von denen ich noch gar keine Ahnung gehabt habe, dass du die wissen musst, um das mit 5 Sterne zu bewerten. Und da haben wir genau dieses Verbesserungspotenzial. Dass ihr dann an der Stelle mit reinkommt, wo ich dann einfach diese Informationen auf Rückmeldung und eben dann genau diesen Dialog mit dieser KI habe. Und das zwingt mich nicht quasi beim ersten Mal den supergeilen 120% Prompt-Hit zum Legen. Und an der Stelle kann man sich dann einfach iterativ weiterarbeiten. Bis eben an irgendeiner Stelle, wo ich dann sage, naja, ich posiziere also die weiteren Informationen und das, was jetzt rauskommt, passt. Und dann mache ich meinen Rollenwechsel und sage, naja, jetzt bist du nicht mehr Autor und machst die Zusammenfassung, jetzt bist du Social-Media-Profi. Man kann sich jetzt vorstellen, die Leute, die interessiert sind, die haben nicht unbedingt 17, 18 Jahre alt. Die liegen meistens so zwischen irgendwo so 30 und, naja, sagen wir mal 60. Das ist so die Generation, die auf Facebook unterwegs ist. Also brauche ich einen ordentlichen Facebook-Post. Und auf die gleiche Art und Weise mit den Gegebenheiten von vorhin, dem ganzen Wissen, der in dem Chat bereits drin ist, sage ich, jetzt bist du Social-Media-Profi, du weißt genau, wie man so einen Facebook-Post so positioniert, dass der für diese Zielgruppe interessant ist. Und dann landen wir da, wo wir sein wollen. Danke. Vielen Dank, der Thomas. Das hat perfekt gepasst. Und ich habe als nächstes auf der Liste online den Lightning-Talk von der Doris, das Rabbit Hole. Genau, hallo. Du hast meine Folien zum Weiterklicken. Ja, du gibst mir ein Zeichen, dann mache ich es weiter, okay. Die Zeit läuft. Genau. Ja, wir haben uns halt in dem Lernzirkel ein neues Format überlegt. Und das ist der Rabbit Hole Deep Dive. Und den stelle ich euch hier vor. Genau. Next slide, please. Ach, ich wollte das schon immer mal sagen. Was ist das Problem? Was ist ein Rabbit Hole? Wer von euch weiß, was es ist? Okay, viele wissen es vielleicht nicht. Es ist halt, wenn, Brigitte weiß es natürlich. Das ist, wenn wir zum Beispiel uns ein neues Tool angucken und einfach so fasziniert sind, was da geht und was wir hier noch ausprobieren können und was da noch geht. Und ach, das könnte ich ja noch ausprobieren. Und bam, guckst du auf die Uhr und es sind drei Stunden vorbei. Und dieses Thema hatten wir ganz speziell bei dem KI-Leitfaden. Weil hier sind natürlich eine ganze Menge Tools angesprochen und sehr viele Funktionalitäten. Und manche wissen auch noch nicht, was sie jetzt genau mit KI in ihrem Alltag vielleicht tun können. Und dadurch entsteht so ein bisschen auch das Thema, ich könnte ja hier hingreifen, da hingreifen und dort hingreifen. Und das macht dann eben dieses Rabbit Hole noch viel, viel tiefer. Und wir haben jetzt überlegt, okay, wie können wir uns denn aus diesem Rabbit Hole rausholen? Und als überzeugte Co-Workerin, die der Meinung ist, im Team geht sowieso alles besser. Und wir haben es ja auch heute Morgen schon im Puls gehört. Never prompt alone. Und genauso ist auch das Rabbit Hole etwas, was man am besten nicht alleine macht. Deswegen, next slide, please. Da haben wir uns halt überlegt, okay, lass uns doch an einem Zusatztermin in der Woche noch mal treffen, wo wir für anderthalb Stunden miteinander, jede für sich, aber doch gemeinschaftlich, in dieses Rabbit Hole abtauchen. Und das haben wir. Wir haben auch auf Discord die Lerngruppe gehabt. Deswegen seht ihr hier die Event-Ankündigung. Und auf dem nächsten Slide sehen wir jetzt die Agenda, die wir uns überlegt haben. Das heißt, wir treffen uns, ja, 8 Uhr, really? Und das ist auch ganz gut, weil danach fängt nämlich der Arbeitsalltag an. Und wenn du dein Rabbit Hole wirklich vor deinen Arbeitsalltag legst, hast du schon mal die schöne Zeitbegrenzung, dass irgendwann mal die Pflicht in Anführungszeichen ruft und du dadurch auch ein bisschen eingebremst wirst. Und wir haben es halt so verabredet, so ein bisschen, wie man das aus dem Pomodoro-Prinzip kennt, mit anderen Zeiten, aber dass wir halt Sessions machen, wo wir uns in unsere Tools jeweils vertieft haben, nachdem wir erst erzählt haben, was wir vorhaben. Und dann noch mal ein gemeinsames Päuschen gemacht haben und uns noch mal gemeinschaftlich aus diesem Rabbit Hole kurz rauszuziehen, auch noch mal zu reflektieren, ob das eigentlich das war, was ich machen wollte. Kann manchmal ja auch schon mal passieren. Um dann noch mal 30 Minuten nebeneinander in das Loch hineinzuspringen und Dinge auszuprobieren. Und dann haben wir zum Schluss uns noch mal die 15 Minuten gegeben, dass wir uns noch gegenseitig erzählt haben, was wir uns angeguckt haben. Weil auch das ist ja super spannend. Weil wenn einer aus der Gruppe irgendetwas im Deep Dive angeschaut hat und festgestellt hat, dass das für die und die Aufgabe überhaupt nicht geeignet ist, ja bingo, dann brauche ich ja gar nicht in dieses Rabbit Hole reinzuspringen. Die nächste Folie, wenn ich mich richtig entsinne. Ah ja, genau. Wir haben dann noch kurz im Lerncircle darüber nachgedacht, Mensch, wo passt denn das überhaupt? Und wir haben halt festgestellt, dass es eigentlich an vielen Stellen auch passen kann. Und deshalb hier noch mal die positiven Effekte davon. Ihr könnt das ja alles da selber lesen. Und es ist halt alles genau, was wieder hervorhebt, dass du etwas für dich tust, aber eben durch das Gemeinsame noch mal was Besseres, was Anderes, was Wertvolleres und was noch mal komplett Neues draus wird. Und in der nächsten Folie haben wir euch noch mal unser Brainstorming mitgebracht, wo man dieses ganze Rabbit Hole Deep Dive Session anwenden kann. Nämlich eigentlich überall, wenn eine neue Technologie, neue Tools oder irgend solche Dinge, mit denen man sich ein bisschen auseinandersetzen muss und hineinfräsen muss, dafür kann das halt super gut benutzt werden. Ich hatte auch gleich die Geschichte, dass ich dachte, wow, das passt ein bisschen zu den Social-Media-Stammtischen, die ich früher immer vorgeschlagen habe. Das könnten ja jetzt auch solche Deep Dive Sessions sein. Und es passt, finde ich, auch super gut in die Leitfaden-Konzeption, dass gleich von vornherein vielleicht eine der Treffen-Sessions in der Woche als so ein Deep Dive konzipiert wird. Oder, dass es besonders bei einem Leitfaden wie jetzt der unsere mit dem künstlichen Intelligenz-Thema, wo sehr viele Tools auch vorkommen und Technologien, dass man das dort auch gleich mit anregt, dass man vielleicht Zusatztreffen ausmacht, um sich da gegenseitig am Shop zu packen, um nicht abzutauchen. Ich glaube, das war es auch. Danke dir, Doris. Sehr schön. Ich muss nochmal bemerken, hier der Alex, glaube ich, hat das perfekte Dress mit Shirt und Cap. Sehr schön. Nächster Lightning Talk hier vor Ort, der Simon, Emotionen und Features, emotionaler Rückblick auf sechs Wochen, nein, sechs Monate Arbeit mit dem M365 Co-Pilot. Danke dir. Ich bin Simon, voll Dopamin und Oxytocin, weil ich am Samstag geheiratet habe und möchte euch... Stopp, stopp, das geht von meiner Zeit weg. Ich habe sechs Monate Co-Palette-Erfahrung hinter mir und wollte euch zwei Männer vorstellen, die dafür verantwortlich sind, dass ich in der letzten Zeit relativ emotional war. Einer ist Paul Eggman, der Motivationsforscher Motivationsforscher und auch Gefühlsforscher. Das heißt, Paul Eggman ist derjenige, der dafür zuständig ist, der uns erklärt, warum wir fühlen. Und Satya Nadella, den habt ihr auch schon gesehen, das ist derjenige, der CEO von der Microsoft ist und der eben für solche Schaubilder verantwortlich ist, wo man sich die Frage stellt, oh, was will er uns damit mitgeben? Also der eine erforscht Emotionen und der andere sorgt dafür, dass Emotionen ausgelöst werden. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr mal irgendwo an einem PC sitzt und euch feststellt oder feststellt, oh Mist, die Funktion geht nicht und ihr könnt das Ding nehmen und am liebsten aus dem Fenster jagen. War das so der Grund, warum ich gesagt habe, ich bringe mal die zwei Themen zusammen, Microsoft und Emotionen. Das war im letzten Jahr und ich habe jetzt seit sechs Monaten den Co-Pilot und es ist viel passiert und am besten steigen wir ein mit Paul Eggman und mit Satya Nadella. OpenAI hat JetGPT angekündigt. Das war letztes Jahr. Ich war sehr euphorisiert und habe mir gedacht, oh toll, super begeistert, jetzt kann ich endlich mal selber was machen. Höre ich nicht nur Robotik-Themen, sondern jetzt darf ich mit tun. War total euphorisiert, als dann Microsoft noch um die Ecke gekommen ist und gesagt hat, hey, wir nehmen die JetGPT-Lösung und bauen sie sogar noch in unsere Office-Produkte rein. Ja, kannte mein Glück, fast gar keine Endung mehr und nach Paul Eggman war ich im Zustand der Euphorie. Ich wurde enttäuscht. Warum? Die Microsoft sagte, ja, aber nicht für alle, sondern erstmal nur für ausgewählte Unternehmen. Ich mit einer Business-Lizenz guckte erstmal zu, war dann aber dennoch erstaunt, weil sie sich dann doch entschlossen haben und gesagt haben, ein paar Business-Lizenz-Leute gibt es dann doch, also da scheint ein bisschen interessantes Marktpotenzial zu liegen, also holen wir uns die Leute doch rein. also im Oktober haben dann die Microsoft-Leute gesagt, ihr könnt jetzt alle mitmachen. Jetzt haben wir gedacht, schönes Weihnachtsgeschenk. Es sah ein bisschen anders aus. Wir haben gesagt, ihr könnt zwar den Copilot nutzen, aber wir müssen mindestens 300 Lizenzen abnehmen, wenn man weiß, dass das Ding 28,10 Euro im Monat kostet und ich mit einem Fünf-Wand-Unternehmen unterwegs bin, haben wir gedacht, Aufwand-Nutzen-Verhältnis passt irgendwie nicht so zusammen. Deswegen war ich laut Paul Eggman im Bereich der Verstimmung. Januar. Microsoft kündigt die 300-Lizenz-Abnahme wieder ab. Heiterkeit machte sich bei mir breit, weil ich mir dachte, guck an, jetzt doch, also zuerst ankündigen, dann wieder wegnehmen, nur gut, dann eben so. Seitdem bin ich unterwegs und es gab dann meinen ersten Tag mit KI im Februar. Könnt ihr euch die Emotionen schon vorstellen, als die erste Meldung kam? Nervosität machte sich bei mir breit. Warum? Weil es zwei bis drei Wochen dauert, bis die KI also im Co-Fallet überhaupt arbeiten kann. Also wer hier IT-Leiter ist, Vorsicht, nicht das Ding einfach mal kaufen, einen Tag machen lassen und wieder wegnehmen. Nee, nee, nee. Das muss zwei bis drei Wochen erstmal laufen, weil irgendwie alle Dokumente gelesen werden müssen. War ich auch nervös. Aber es wurde irgendwie anders, weil mein erster Monat sah so aus. Leider ist irgendwas schiefgegangen, kann ich nicht. I'm still learning. I'm sorry, but I'm not currently capable of performing. Dachte ich mir, hoppla, was ist denn da los? Es macht sich eine Gefühlswelle bei mir breit. Auf der einen Seite Abneigung, weil ich mir dachte, das kann doch nicht sein, ich zahle doch hier 28,10 Euro, das gibt es doch nicht, irgendwie kriege ich da nichts raus. Und auf der anderen Seite stolz, weil ich mir dachte, die Marketingabteilung von Microsoft muss dermaßen genial sein, die müssen richtig stolz sein, dass sie Sachen ankündigen und auf der anderen Seite die Anwender sich denken, oh, Abneigung. Es wurde stärker in Richtung Ablehnung. Warum? Weil ich festgestellt habe, dass mir irgendwie das alles nichts bringt und ich wurde aber dennoch wieder zurückgerufen, das heißt, ich hatte eine Wiederannäherung, weil ich mir dachte, Ablehnung, 28,10 Euro im Monat zu zahlen, das kann es nicht sein, ich gebe hier nicht irgendwie Geld aus für nichts, also wenn das ein Netflix-Abo ist oder ein Spotify oder was da immer noch dazu kommt, das kriege ich alles für 28,10 Euro. Also kam aus meiner Ablehnung heraus wieder der Wunsch, etwas mit diesem Tool zu machen. Ja, und so langsam funktionierte es dann auch. Es gab neue Features, neue Promptings, ich kann meine Mails zusammenfassen, kann sie mir aus Ausspucken lassen und solche Sachen. Das heißt, es gab ein Gefühl des Gerührtseins mittlerweile. Und wenn man das so zusammenpackt und mal so vergleicht, was da alles rauskommt und das auch von Microsoft KI gemacht worden ist, habe ich ein krasses Wellenbad, hat ja Gefühle durchgemacht in den letzten Monaten aufgrund von zwei Personen, Paul Ekman und Satya Nadella. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Danke euch. Sehr schön, danke dir. Wir lernen KIs wie ein guter Wein, die muss erst mal ein bisschen reifen. Dass es drei Wochen sind, wusste ich noch nicht. Ja, dann haben wir einen Lightning Talk von Online, der Max. Max, bist du da? Hey, hört ihr uns? Ja, perfekt. Hallo zusammen, auf ein Bild haben wir, wo alle drauf sind. Schöne Grüße aus Bern. Ah, grüße, das ist die Aussenstelle Bern. Sehr schön, grüßt euch. Darf ich euren Timer schon starten? Ja, bitte. Alles klar, Zeit läuft. Wir sind da drei Lerngruppen in Bern und wir haben da spontan uns entschieden, da etwas über unser Learning zu sagen. Ich setze D-ID ein, Text-to-Speech und das hat für meine Kurse sehr gut funktioniert, aber es hat auch Holpersteine natürlich gegeben und ich weiß nicht, was eure Erfahrung dazu war, weil vom MOOC her war natürlich die Zeit ein bisschen zu knapp, um alles da durchzuarbeiten, war noch im Urlaub vorher und das Bild, das ich da gekriegt habe, ist dann auch so vom Üben her mit dem Bildgenerator, was schon gar nicht so schlecht funktioniert hat, in der Future, also in der Zukunft. Und ich möchte das Wort jetzt noch öffnen für zwei, Kolleginnen, die auch noch etwas aus ihrem Lernen erfahren und sagen können. Also mein Learning liegt nicht im Bereich der KI, bin heute da zusammen mit Leuten, die ich zum großen Teil noch nicht gekannt oder nur digital gesehen habe und ich habe jetzt erlebt, ich habe es im MOOC und der Lerngruppe erlebt, wie viele Denkanstösse, Ideen, Wissens Beiträge da zusammen kommen, eine super Erfahrung für mich. Mein Fokus lag darin, dass ich eigentlich den Lernpfad in meiner Unternehmung einführen möchte, damit KI gelernt werden kann und zusätzlich auch die Methode LernOS als Zusatz, als kleiner Bonus. Und in unserer Lerngruppe haben wir festgestellt, dass wir diesen Lernpfad so nicht nutzen können. Wir müssen die Leute stärker an der Hand nehmen, stärker Leid und quasi noch einen engeren Lernpfad erstellen. Wir werden uns im August nochmals treffen und dann an diesem Lernpfad arbeiten. Gerne werden wir das natürlich teilen, sind auch interessiert, deutsche Mitarbeitende in Zürich zu begrüssen oder oder auch andere aus allen Ländern. Ich habe gesehen, Luxemburg etc. Und ein weiteres Learning für uns war auch der Lernpfad Woche zu Woche, das war zum Teil in der Lerngruppe für uns zu eng vom Timing her. Wir haben uns da aber auch mehr Zeit gegönnt und sind noch nicht mal mit der letzten Runde durch. Genau und vielleicht musst du noch ergänzen, wo man sich melden kann, wenn man mithelfen will, den Lernpfad noch zu adaptieren für Menschen, die noch null Erfahrung haben mit KI in Unternehmen. Patricia Kosauer hat vorher gesprochen, mein Name ist Michael Wähler, in der Vorstellungsrunde sind wir beide vertreten und ich finde es auch schön, dass wir virtuell dabei sind in Bern vor Ort und in dem Publikum sehen wir viele Kollegen. Gruß nach Nürnberg. Ja. Sehr schön, danke euch. Ja bitte, was wir noch, wir bleiben da, die Lerngruppen sind zwei, wir werden wahrscheinlich eine draus machen und uns alle 14 Tage oder einmal pro Monat weiterhin treffen, auch ohne Leitfaden und uns über KI auch zu tauschen, weil das der Tenor ist so, dass das extrem wertvoll war, Tipps und Tricks von Kolleginnen und Kollegen zu kriegen, wie die Vorrednerin Doris schon gesagt hat, zusammen geht es viel besser als alleine im Kämmerchen, Zuhause. Dankeschön nochmal an euch Katja, Max, dass ihr den Satellit, also dezentrale Lokation möglich gemacht habt, weil das finde ich auch im Hybriden ist das eine ganz coole Geschichte. Auf der einen Seite sind viele Leute hier, das gibt natürlich eine bestimmte Atmosphäre, aber mit, ich sehe so zehn Leute, zehn, elf Leute zusammen zu sein, ist vielleicht besser als alleine im Homeoffice. also das wollen wir Ich bin 12! Okay. Ja, danke euch. So, dann haben wir die Brigitte. Brigitte, bist du da? KI als Assistent in Business-Seminaren. Deine Bühne und ich stelle den Timer neu und du steuerst mich. Dankeschön, danke, dass ich hier sprechen kann. Ich hoffe, ich bin gut zu hören. Ich habe eben am Mikro was umgebaut. Ja, sehr gut. Ich bin freiberuflich als Trainerin tätig. Ich habe am KEMUG teilgenommen und ich habe genau parallel zum KEMUG KI eingesetzt für meine Seminararbeit. Und es waren ganz unterschiedliche Seminaraufträge und es waren ganz unterschiedliche Probleme, die ich da gelöst habe. Bitte einfach mal die nächste Folie. Genau, das war, das erste war ein Einsatz für Veranstaltungsmanagement, Eventmanagement. Ich habe einen Kunden, bei dem finden auch Seminare statt, bei denen sich nur einen Teilnehmer angemeldet hat. Es sind öfter mal Einzelseminare und da hatte sich jemand im Vorfeld angemeldet. Sie wollte das Thema gerne auch unter Einbeziehung von KI. Dann haben wir miteinander ein bisschen probiert. Ich schreibe, ich gebe hier immer die Prompts, was dabei rausgekommen ist, das merkt man auch teilweise. Also wenn man sozusagen von Hamburg aus eine Konferenz in München organisiert, dann ist KI eine super Hilfe, einem ein paar gute Locations vorzuschlagen. Also wenn man aber als Hamburgerin in Hamburg eine Location sucht, wo man viele schon kennt, dann ist es, also dann muss man auch erklären, dass KI nicht unbedingt auf einem aktuellen Stand ist. Aber war doch interessant. Es gab einen anderen Einsatz, Veranstaltungsmanagement, Eventmanagement, da hatten wir dann Themen, wie welche Form von Erlebnisgastronomie kann man sich für eine Gruppe mit 60 Personen vorstellen. Das sind manchmal Leute, die müssen jedes Jahr ein hochrepräsentatives Gala-Diener organisieren und die können ein bisschen Kreativität gebrauchen und was sie dieses Jahr als Überraschung liefern. Und auch die Geschichte mit dem Unternehmensverband, der sein Format ein bisschen verjüngen wollte, das gab richtig spannende Ergebnisse. Super, sehr nützlich. Ich mache mal nächste fuhr in mir. Genau, dann hatte ich einen Einsatz Resilienz für Führungskräfte. Da war ich zunächst in der ganzen Vorbereitung habe ich KI benutzt, weil das habe ich nämlich zum ersten Mal gegeben. Ich muss ein Skript ausarbeiten und da war KI großartig. Erstellen wir fünf kreative Ideen für eine Einführung zum Thema. Super, kein Problem. Auch alle anderen Themen, die ich da so hatte, so für meine geplanten Seminarinhalte super Hilfe bekommen. Und dann bei Resilienz, dann hatte ich also diesen Teilnehmer und es stellte sich raus, also die Personalabteilung hatte ihn nahegelegt, dieses Seminar zu besuchen und es stellte sich raus. Also ich lernte ihn da dann auch zwei Tage lang kennen. Also Resilienz war eigentlich nicht so sein Problem, sondern in dem Unternehmen, da gab es einfach so unter Kollegen merkwürdige Leute, weil ab, ja, die Leiterin einer anderen Abteilung war übergriffig und die hat eben buchstäblich den Mitarbeiter weggenommen und die waren auch noch miteinander verheiratet und das war alles kompliziert und das, ich bin keine Expertin für diese Art Themen, ja, für betriebliche Organisationen, auch nicht für Kommunikation oder, aber KI hat uns super seriöse, kluge Antworten gegeben zu dieser Art Fragestellung. und genau, nächste Folie, dann hatte ich was mit Moderation, genau, da muss ich auch wieder zum ersten Mal ein Skript ausarbeiten, was ist eine Moderation, nenne mehr Moderationstechniken, nenne mehr Moderationsmethoden, das hat mir KI alles wunderbar geschrieben, ganz toll, also wirklich super Arbeitserleichterung, ich muss es ja auch nicht alles eins zu eins übernehmen, habe ich auch nicht, ich kann auch selber schreiben, aber hat mir wirklich viel Flassarbeit abgenommen, ja, und dann hatten wir in dem Seminar, das ist ja vielleicht so, ja, eine konkrete Frage eingebaut, manche Prompts habe ich hier gekürzt, ja, für die Moderation eines regelmäßigen Meetings im Zusammenhang und so weiter, ich bin jung, habe wenig Berufserfahrung, wie kann ich Zusammenarbeit und Effizienz verbessern, super Antwort, richtig top, konnte man mitarbeiten, ja, und dann machen wir den nächsten, ja, Geschäftsassistenz, da kamen ganz andere Anliegen und ich kann noch dazu sagen, also, dass die Leute, die haben, also, ich habe so im Laufe des Seminars, ja, auch jetzt können wir, das machen wir mal mit KI, folgende Techniken, probieren wir jetzt hier mal, das haben die alles völlig störungsfrei und interessiert und dankbar angenommen, so, also, es war überwiegend Teilnehmer aus der Windows-Welt und, ja, wer Windows-Rechner hat, der hat auch, der hat auch den Browser Edge und im Browser Edge ist der Co-Pilot, also, jeder kann sofort mit KI ausprobieren und ich hatte auch eine Teilnehmerin, die hat am Abend des ersten Tages stundenlang ihre eigenen Themen, also, das ja, die hat dann danke schön, time is up, danke dir, alles gut, danke, dann, da ist eine richtige Prompt-Library zusammengekommen, vielen, vielen Dank, als nächstes der Carsten, genau, sind ein paar Folien noch drin, danke, ich gebe dir ein Zeitsignal, okay, also, komm mal hier nach oben, Carsten, 10 Indizien, dass dein Company-Content nicht AI-ready ist und die Zeit läuft, das habe ich nur getan, mal schauen, ob ich, wir hatten es heute schon mit Filmen, hey Doc, wir sollten noch ein Stück zurücksetzen, auf der Straße schaffen wir sonst nie 140, aus welchem Film, welches Jahr, 85, perfekt, sagt der Doc, wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen, 1985, 20 Jahre nach der Erfindung des Hypertexts, Hypertext, das ist das, was ihr alle kennt mit Links, aber die schön aussehen und funktionieren und robust sind, aber noch 10 Jahre vor der Erfindung des ersten Wikis, des Wiki-Webs, okay, wir brauchen noch Straßen, die digitalen Inhalte, die Dokumente und das Wissen einer Organisation, das sind die Straßen, die jetzt der KI als Infrastruktur ja dienen sollen, so, und wir sollten dafür sorgen, dass das keine Trampflpfade sind, auf denen wir versuchen, mit sowas wie einem Sportwagen zu fahren, so, was sind jetzt die 10 Indizien, dass wir in Unternehmen Trampelfade bewirtschaften und eigentlich nicht AI-ready sind, also, erster Hinweis, das Strategiewissen der Firma steckt zu 80% in Powerpoints, FAQs sind in Excel, obwohl es überhaupt nichts zu rechnen gibt, ja, organisationsintern werden PDFs oder Docs, manchmal auch gezippt, per E-Mail verschickt, etwas besser, es werden Hyperlinks verschickt, das sind wir dann beim Hypertext, doch, die Hyperlinks sind wieder kaputt oder nach einiger Zeit nicht mehr zugreifbar, spätestens aber, wenn man das nächste Mal den Content aktualisiert, ist der Hyperlink kaputt oder sieht besonders schön aus, haben wir auch einige Beispiele von der Firma, die schon genannt wurde. Gut, Content sieht immer frisch aus, auch ganz wichtig, und zwar so lang, bis das Design aus der Zeit fällt, ganz wichtig ist auch, Hinweise auf Autoren, Aktualität oder Aktivitäten von anderen Personen möglichst gut zu verstecken, ein Kollege hat das mal sehr schön als Zeitung hinter Glas benannt. Dann wird es schwierig, wenn Teilinhalte, also ein Teil des Inhalts, der wird plötzlich wichtig und der wächst ganz stark und man muss jetzt wieder neu beginnen, nächstes Tool, neu anfangen. Man könnte das auch so ein bisschen als das Whiteboard-Wiki-Ticket-Problem bezeichnen, wenn sich der Content so dazwischen durch die Digital-Tools bewegt. Genau, also überhaupt, wenn man, was die Strukturierung von Inhalten angeht, wenn man da in der Folder-Document-Struktur Galaxis feststeckt, dann ist man doch einige Jahrzehnte eigentlich von den Autobahnen entfernt, die die KI bräuchte. Wenn wir jetzt noch ein bisschen strategischer nachdenken, was könnte da noch der Hinweis sein, dass man Probleme bekommt. Die Firma hat sehr tiefe Taschen für Consumer-KI, haben wir eben schon gehört, 28,10 Euro pro Monat, aber leider kaum tiefes Wissen darüber, wie die KI eigentlich funktioniert. In letzter Konsequenz mein Lieblings-Detail von Richard Feynman, What I cannot create, I do not understand. Es werden ganz gerne auch KI-Lösungen, also wir reden ja eigentlich nur noch von Machine Learning, wenn wir über KI sprechen, eingekauft, weil das klingt im Prinzip nach Null Arbeit, alles macht die Maschine und was aber tatsächlich verkauft wird, sind Lösungen, die stark auf Suchmaschinen aufbauen, heißt dann Rack-Systeme, das heißt, ich muss mich eigentlich mit Suche beschäftigen, fast schon egal, ob die Keyword-basiert oder semantisch ist. Und sich als Digital-Champion zu feiern, weil man jetzt eins oder wenn man fortschrittlich ist, zwei oder auch drei PDFs hochgeladen hat und mit denen chatten kann, ist nicht die Lösung für Corporations, die doch ein bisschen mehr als ein, zwei oder drei PDFs haben. Und zu guter Letzt, der letzte Hinweis, dass man Probleme bekommen könnte, man möchte also agil sein mit der Organisation, Selbstorganisation nutzen, zu einer lernten Organisation werden, aber das Berechtigungssystem eurer Plattformen hat also mehr Gruppen als User. Dann seid ihr definitiv nicht AI-ready. Ihr kennt nicht Open by Default und das ist ein Fremdwort für euch, sondern ihr arbeitet nach dem Need-to-Know-Konzept. Das ist schlecht, weil damit kommt man eigentlich nicht in, oder eigentlich, man kommt damit nicht in den Bereich der Selbstorganisation. So, ich sage, hier muss ja dahin gehen, wo es wehtut, heißt es im Fußball, also ich habe mir die ganzen schlimmen Dinge erzählt. Die Frage ist, wie weit muss man in die Vergangenheit eben zurückgucken, um zukunftsfähig zu sein. Vielleicht wäre das auch mal zurück in die Zukunft, schon der nächste, könnte man darüber nachdenken. Genau, also Hypertext wurde 1965 erfunden, 85, 95 die Wiki-Webs, die Hypertext-Organisation 1995, also da gibt es genügend, woraus man schöpfen kann. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke dir. So, dann haben wir als nächstes online den Winfried, den sehe ich auch schon aus dem Augenwinkel. Bist du bereit, Winfried? So bin ich. Immer wenn ich eine Zahl sage, bitte weiterklicken, Simon. Danke. Alles klar, dein Timer läuft. Ja, ich war mit in der Lerngruppe beim KI-MOOC 2024 und ich möchte mit euch drei Dinge teilen. Das Erste, was ich mit euch teilen möchte, ist folgendes. In der Gruppe Lernen macht viel mehr Spaß als alleine. Ihr seht hier unsere Gruppe Farbenblinde Lernen KI und ich will euch ehrlich sagen, wir haben uns nur ein einziges Mal in dieser Konstellation getroffen und dennoch war jedes Mal, wenn wir uns Mittwoch, Nachmittag zusammengesetzt haben, für mich ein lehrhafter und lernreicher Prozess. Warum? Weil man sich offen darüber austauscht, an was man gerade denkt, weil man sich offen darüber austauscht, wo gerade die Dinge sind, an denen man weiterkommen möchte und für mich persönlich war es auch immer, Mittwoch trifft sich die Gruppe, Dienstag fange ich an, am Leitfaden zu arbeiten. Also erstens, in der Gruppe Lernen macht viel mehr Spaß als alleine. Zweitens, ganz einfach, poste Leitfaden-Content und diskutiere darüber. Ich glaube, Simon hat die Sache super hochgestellt, indem er gesagt hat, postet Learnings und so Sachen. fangt mal an, euch zu überlegen, dass Bilder oder Grafiken, die da in dem Leitfaden sind, dass ihr die mit eurer Community teilt. Was da passiert ist bei mir, ist, dass wir angefangen haben, über diese KI-Tools zu diskutieren und dass eine ganz andere Art von Lernen passiert, nämlich auch außerhalb von eurer kleinen Peergroup, der vier, fünf Leute, mit denen ihr diesen Leitfaden durcharbeitet, dass ihr dann auch anfangen könnt, mit außerhalb zu diskutieren. Also draußen in eine Diskussion zu kommen über die Themen, an denen ihr gerade arbeitet. Und für mich war zum Beispiel diese Grafik eine wunderbare zum Teilen. Also zweitens, postet Leitfaden-Content und diskutiert darüber. Jetzt kommt drittens, das hat mir am meisten Spaß gemacht, hey, macht Späße mit der Kanin. Ich finde es interessant, passt auf, das Ding ist ja ein Sprachmodell, wenn wir über diese Large Language Models sprechen und kein Wissensmodell, hat aber Riesenvorteile, wenn man mit der KI anfängt zu sprechen und das Beispiel da im Leitfaden fand ich richtig gut. Man kann ja mal fragen, was ist das Gegenteil einer Kichererbse und dann abwarten, was dann das Modell so sagt und dann kann man sagen, hey, das ist eigentlich eine Scherzfrage und dann kommen so Sachen raus wie eine ernste Brühnase. Also die KI hat wirklich aus meiner Sicht Sprachintelligenz und wenn man sie auf das auch anspricht, natürlich auch mit, indem man quasi, indem man sie in Modellen anspricht und sagt, was sie für ein Experte sein soll, das haben wir ja schon gehört, aber ich finde, das Thema Späße mit der KI machen hat es für mich noch einen wirklichen Punkt weitergebracht. Also drittens, macht mal Späße mit der KI und sagt, hey, das ist eine Scherzfrage. Dann, viertens, also für mich, was die Produktivität angeht, ist ganz gleich Arbeit hier in einem Browser mit extrem viele Extensions und eine, die für mich eine der wichtigsten ist Textplays. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ich in ChatGBT bin, da im Browserfenster habe ich auf jede Standard-Prompt, auf jeden Power-Prompt, den ich nutze, habe ich quasi einen Shortcut. In dem Fall ist, ich lasse die KI als Lektor arbeiten für Beiträge, die ich auf LinkedIn publiziere und da ist slash p unterstrich Lektor, also Prompt Lektor führt automatisch zu diesem Prompt. Wir teilen uns immer so schön Power-Prompts und kopieren die dann aus irgendwelchen PDFs heraus. Für mich ist quasi meine PDF-Prompting-Bibliothek in Textplays drin, heißt, wenn ich einen kurzen Prompt habe, wie zum Beispiel, also kein Prompt, sondern diese Textplays p unterstrich Lektor, wird es durch diesen Text ersetzt. Also viertens, legt ihr Power-Prompts auf Shortcuts und jetzt fünftens, ganz offen, mein KI-Lernen ist noch nicht vorbei. Also wenn ich jetzt diese fünf Wochen mir angeguckt habe und jetzt den Report, also die Meta-Ebene, Systematic Survey of Prompting Techniques mir angucke, den habe ich zum Beispiel noch nicht gelesen, das habe ich aber noch vor. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir hier jetzt nicht mal kurz einen KI-Moot machen und danach wissen, was Sache ist, mein KI-Lernen ist noch nicht vorbei. Und auf der letzten Folie würde ich mich freuen, wenn ihr euch mit mir vernetzt. Ich hatte richtig Spaß. Ich möchte wirklich sagen, ich bin deshalb auch zu Hause geblieben. Ich bin am Ende der Woche in Nürnberg, weil ich weiß, Simon und Team kriegen eine wunderbare Remote Experience hin und ich sage Dank an alle, die da mitgewirkt haben, dass wir die haben können hier zu Hause. Vielen Dank. Danke dir, Winnie. Dann haben wir online die Susan, ein Semester mit KI, Textgenerierung in Medienunternehmen. Ja, hi. Ich habe jetzt keine schönen Folien. Im Prinzip könnt ihr da die auch weglassen. Das ist deine Entscheidung, wie ist die lieber? Ich höre mich jetzt, kannst du gerne weglassen. Ich höre mich aber jetzt gerade doppelt. Ich weiß nicht, ist das ein technisches Problem oder jetzt ist es weg. Danke. Dann können wir gerne loslegen. Hört ihr mich noch? Ja, also ich befasse mich jetzt seit dem letzten Jahr schon, Anfang letzten Jahres, viel mit KI in der Hochschule und in der Hochschullehre und wollte euch zeigen, was mein Kollege Tobias Kutzner und ich für ein Modul entwickelt und auch mit Studierenden durchgeführt haben und dann vielleicht auch noch die Frage beantworten, konnten unsere Studierenden dann überhaupt noch von diesem Modul profitieren, wo man ja meint, dass die wahrscheinlich schon alle vier weiter sind, herum experimentieren mit ShedGPT und Co. Unser Ziel mit dem Modul war es, den Studierenden den reflektierten Umgang mit generativer KI und deren Anwendung im Medienbereich näher zu bringen, was dann auch so ein bisschen den Link zum wissenschaftlichen Arbeiten noch brachte als Benefit für die Studierenden. Und die Studierenden, die konnten durch den Einsatz von diesen Text-Tools dann nicht nur effizienter recherchieren, schreiben und veröffentlichen, sondern haben auch ihre Ausdrucksweisen oder wie sie gelernt haben, sich anders auszudrücken mit Hilfe von KI, das hat sich auch nach ihrem eigenen Feedback definitiv hinterher verbessert. Wir hatten das Modul interdisziplinär aufgebaut, waren noch mit mehreren Studiengängen unterwegs, hatten noch eine Journaliste mit an Bord, die uns da noch mit Input versorgt hat und haben eine Einführung in Medien und KI-Tools gegeben, Grundlagen für Recherche, journalistisches und wissenschaftliche Arbeiten vermittelt und denen auch weiterführende Tools für Recherche, Transkription und Bildgenerierung gezeigt und Übungen mit denen durchgeführt. Und natürlich auch ganz wichtig, was eine große Rolle gespielt hat, waren rechtliche Grundlagen und ethische Überlegungen, die wir gemeinsam mit den Studierenden angestellt haben. Genutzt haben wir dafür, um es für alle zugänglich und auch niedrigschwellig zugänglich zu machen für die Studierenden Phobis-KI-Tools. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, wenn nicht, sprecht mich gerne an, kann ich dann später noch was zu sagen zu Text- und Bildgenerierung, wobei die meisten Studierenden dann am Ende tatsächlich schon eigene Chat-GPT-Accounts hatten. Die haben bei uns in Gruppen gearbeitet und ihr Ziel war eigentlich als Semesterbegleitende Aufgabe, in Gruppen journalistische Beiträge, also Artikel für eine bestimmte Zielgruppe zu schreiben. und haben aber auch in den Vorlesungen Übungen gemacht, wie zum Beispiel aus Polizeimeldungen Nachrichten schreiben oder mal Schreibaufgaben zu sammeln und in viele verschiedene, also in diese ganzen Unterschritte, was ist dafür nötig, um diese Schreibaufgabe zu bewältigen, zu zerlegen und dann mit Tools zu testen, was lässt sich gut mit KI machen, was nicht. Und wir haben auch Plagiatserkennungstools und KI-Erkennungstools getestet, also wirklich intensiv getestet. Es war sehr spaßig teilweise. Und ein absolutes Highlight für die Studierenden war die Exkursion zu unserem Funkerberg-Museum in Königs-Susterhausen, wo wir nicht nur deutsche Radiogeschichte erlebt haben, sondern uns auch noch die Simulation von der Moderatorstimme Eva 2.0 von Baden-FM, ich weiß nicht, wer da reinhört, erleben konnten. Das war wirklich grandios. Jedenfalls hatten wir ursprünglich die Befürchtung, dass die Studierenden da vielleicht überhaupt gar nicht mehr wirklich viel bei uns lernen. Aber das Gegenteil war tatsächlich der Fall. Das Feedback der Studierenden war durchweg sehr positiv. Die haben auch die Möglichkeit, das alles auszuprobieren in diesem geschützten Rahmen sehr geschätzt. Und ich habe mal noch zwei O-Töne mitgebracht. Einer schrieb uns hinterher als Feedback, ich habe gelernt, dass KI-Generierungstools kein Zauberwerkzeug sind, sondern Fähigkeiten erfordern, um effektiv damit zu arbeiten. Und ein anderer schrieb, dass es sein Verständnis für ethische und rechtliche Aspekte im Medienbereich stark erweitert hat. Und das fand ich dann doch ein ganz gutes Feedback für unser Modul. Und aufgrund dieser positiven Resonanz und auch der guten Anbindung hier vor Ort an lokale Medien planen wir das Modul für das nächste Sommersemester, also 2025, weiterzuentwickeln unter dem Titel von Text bis Podcast KI bei Schwarzkopfmedia, weil wir hier in der Schwarzkopf-Siedlung angesiedelt sind mit der Hochschule und wollen dann eben uns nicht mehr nur auf Text fokussieren, sondern auch in dem Bereich Radio- und Podcast-Inhalte vordringen, weil das ja Nachrichten auch zugänglicher macht, wenn man denn mit verschiedenen Medienformaten arbeitet. Tja, bedanke ich mich jetzt für eure Aufmerksamkeit und bin gespannt, wer möchte, stellt mir dann später irgendwann noch gerne Fragen. Für dir, Susanne, deinen Applaus. Dann der vorletzte Lightning Talk, der Harald mit den VUCA Rockers Perspektive auf KI und ich, hier kannst du dann weiterklicken, ich starte den Timer. Ich auch. Sehr gut. Danke. Also, ich versuche ja immer so ein bisschen die VUCA Rockers Perspektive. VUCA Rocker sind so ein paar Verrückte, die sich von VUCA nicht abschrecken lassen, sondern eigentlich damit spielen wollen zu werfen. Das heißt, ich versuche einfach mit ein paar kleinen Impulsen euch nochmal KI auf andere Richtungen zu wirken. Was mir ganz oft auffällt, ich habe mal so versucht, so eine Entwürfungsgeschichte zu machen. Wie hat es denn für mich erkenntlich angefangen, so mit Web 2.0 vom Konsumieren zum Mitmachen? Dadurch ist eigentlich Diversität entstanden. Also man konnte plötzlich erleben, wenn in einem sozialen Netzwerk oder wenn in einer Wiki plötzlich ganz viele mitgemacht haben, wie reich eigentlich, wie groß der Reichtum ist, also Vielfalt. Dann kam irgendwann Enterprise 2.0, E2.0, die große Entwicklung, soziale Plattformen in den Unternehmen. Ich habe da mal das Thema Achtsamkeit mit reingenommen, weil dadurch, dass plötzlich so viel da war, musste man sich ja reduzieren, und wieder fokussieren. Was mache ich denn jetzt, wenn plötzlich alles da ist? Ging dann weiter, dann wurden über die E2.0-Plattformen Netzwerke möglich, also arbeiten plötzlich in großen Mengen, also nicht mehr viele Köche verderben den Brei, sondern je mehr Köche, umso besser wird es essen. Dann ging es weiter in Richtung Augenhöhe, wenn man plötzlich mit Leuten zusammenarbeitet, aus unterschiedlichen Kulturkreisen, Hierarchie-Leveln und so weiter, naja, dann brauche ich keine Hierarchie mehr, die ist eher hinderlich. Dann ging es hier weiter in Richtung New Work, Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit von einzelnen Personen. Wenn die Verantwortung übernehmen, müssen sie auch Entscheidungen treffen können. New Work-Gedanke ist schon viel, viel älter, also der gehört eigentlich ganz am Anfang. Da ist dann entstanden, so, oh, jetzt wird es alles volontil und wie auch immer, die ganzen Buchstaben alle heißen, dynamisch und ambiguous, also mehrdeutig und so weiter. Das heißt, jetzt hat man sich plötzlich erstmal gefürchtet, oh mein Gott, jetzt wird es richtig komplex. Dann kam irgendwann mal so dieser Abstecher, den viele als irgendwie so einen kleinen Hype gesehen haben, Metaverse und Virtual Reality und so weiter. Ganz ehrlich, Leute, das ist nicht vorbei. Und dann ging es jetzt Richtung Flexibilität, Corona und diese ganze Kiste. So, und das, was ich erlebe in den meisten Organisationen, ist im Endeffekt keine aufsteigende Linie, die Sachen, die aufeinander aufbauen, sondern dann kam Web 2.0, wir gehen zurück auf normal. Dann kam Enterprise 2.0, wir machen wieder weiter wie vorher. Dann kam New Work und wir machen wieder weiter wie vorher. Wir schicken die Leute in Flexibilität in Homeoffice und jetzt holen wir sie wieder zurück. Also im Endeffekt haben sich viele Organisationen nicht nach oben weiterentwickelt und das verbunden, sondern sie sind immer wieder auf den Ausgangszustand zurückgegangen, Hierarchie, klassisches Management, Risikomanagement. So, dann kam die Frage mit KI. Kann sich ein Unternehmen heute überhaupt überlegen, mache ich KI oder nicht? Ich könnte sagen, ja, sie können entscheiden, wann sie es machen, wie sie es machen und solange das Ganze in Apps ist, ist es okay. Aber dann kam Apple um die Ecke und hat es ins Operations System eingebaut. In dem Moment, wo irgendjemand heute so ein Handy kauft oder wenn die das jetzt ausrollen auf alte Geräte, weiß ich nicht, spätestens dann ist es keine Frage mehr. Dann müssten sie alle Handys einsammeln. Also die Frage für eine Organisation, beschäftige ich mit KI oder nicht, ist erledigt. Die gibt es nicht, die Frage. So, kann ich selber diese Entscheidung treffen? Künstliche Intelligenz oder Mensch? Naja, für mich ist es, und da unterscheide ich zwischen einer Entscheidung und einer Wahl. Für mich macht KI eine Wahl treffen. Das heißt, sie sucht sich logische Argumente raus und die besseren logischen Argumente gewinnen am Schluss. Und daraus kommt eine Antwort, ja, nein, mach es, mach es nicht, richtig oder falsch. Mehr gibt es nicht. Es ist eine logische Apparatur. Der Mensch kann Entscheidungen treffen. Der kann sagen, ja, es wäre schon besser. Nein, ich mache es lieber nicht. Ich weiß, dass es besser wäre und ich mache es aber trotzdem, weil ich einen anderen Gestaltungsrahmen habe als eine KI. Und das sollten wir vielleicht kultivieren. So, das war mein erster PDA, Personal Digital Assistant. Da oben steht 2003. Endlich, KI, bist du ein echter persönlicher, digitaler Assistant. Also er wird langsam zu dem, was es die ganze Zeit schon versprochen hat. Jetzt ist es irgendwie weg. Zeit rum, oder? Ist das was anderes? Nö, nicht von mir. Ist das Teilen weg? Ah, Sekunde. Oh, meine Zeit geht von mir. Ja, du kriegst die Zeit. Zeit ist noch nicht abgelaufen. Ich helfe, ich helfe. Danke. Also ganz kurz, könnt ihr euch selber entscheiden, wo war man da, war man ja künstliche KI. Könnt ihr, wenn ihr die Wahl habt, mache ich es oder mache ich es nicht? Wer verzichtet da drauf? Bring your own KI ist, glaube ich, ein ziemlich cooler Begriff dafür. Jetzt mach halt weiter. So, dann ist noch die Frage, wir hatten es heute früh schon, wenn ich mit der KI, die Frage ist, wenn alle KI haben, dann redet ja nur noch KI mit KI. Was bringt es dann überhaupt noch? Also wo gehen wir hin? Prompt your life, Fragen sind wichtiger als entsprechende Antworten. Und letztes Beispiel, KI, wenn ihr euch vor Gericht vorstellt, es gibt die Beschuldigten und die Verteidiger und so weiter, vor Gericht passiert doch nichts anderes als Prompting. Und jetzt überlegt euch mal, wenn das, was die Leute erzählen, live, während sie das erzählen, mit Plausibilitätscheck an der Wand als Video generiert wird. Ich bin ziemlich sicher, das werden wir relativ weit erleben. Und nochmal der letzte Satz zur Richtung Metaverse. Ich bin überzeugt, dass KI Metaverse dramatisch fokussieren wird, weil das teuerste von Metaverse waren Räume generieren und die kann ich im Endeffekt mit KI in Real-Time erzeugen lassen. Von der KI. Also Metaverse wird in meinen Augen einen Riesenboost kriegen durch KI. Das war nochmal so ein letztes Beispiel, was viele nicht so machen. Ihr fragt immer Text, macht doch ein Foto von etwas, was ihr nicht benennen könnt und sagt, hey, wie heißt denn das Ding? Letzter Satz, KI ist Wild West. Es ist alles möglich, jeder kann sein Claim abstecken, es gibt kaum Gesetze, es werden immer mehr, aber jetzt wird entdeckt. Also macht mit. Vielen Dank. Danke dir. Ja. Und dann frage ich mal in die Runde, ob die Antje da ist, weil nämlich spontan im Chat sich ergeben hat, dass wir vielleicht noch ein Lightning Talk haben. Antje, bist du da? Ja, ich bin hier. Perfekt. Ihr habt natürlich keine Folien, weil das war zu knapp, aber ihr könnt starten, sobald ihr bereit seid. Wir sind bereit. Alles klar. Wenn das recht ist. Super, gut. Dankeschön. Es ist toll, dass das so spontan geklappt hat. Thema ist nicht KI. Thema ist ein neuer Leitfaden, der fertig geworden ist und der heißt Aktiv für Nachhaltigkeit. Und an dem haben mehrere Personen mitgewirkt. Davon ist nur eine hier dabei. Das ist Ruth Habermail. Die muss jetzt bitte aufmerksam zuhören und korrigieren, wenn ich irgendwas falsch sage oder vergessen habe. Ansonsten sind die Personen, die da mitgemacht haben, eher aus der Lunch & Learn Community, aber zum Teil, glaube ich, auch hier in diesem Rahmen bekannt. Deswegen sage ich mal kurz Volker Schramm, Svenja Körner, Isabel Wellmann, Claudia Strzeletzke, das sind die, die das gemacht haben. Das Format ist wie immer die zwölf Wochen, die ein LARN-OS-Leitfaden hat. Die Zielgruppen sind Menschen, die eigentlich schon so, die das vage Gefühl haben, sie sollten mal ein bisschen, sie würden ganz gern mehr tun für Nachhaltigkeit, aber nicht so richtig aus dem Quark kommen. Und der Leitfaden soll ihnen helfen, in die Aktivität zu finden. Und zwar nicht nur in die Aktivität, die sich auf einen selbst bezieht. Also ich sage mal, vegan essen und Bambuszahnbürste kaufen, sondern sich überlegen, wo sind eigentlich die größeren Hebel in meinem Umfeld, die ich in die Hand nehmen kann für eine zukunftsfähige Welt. Also zum Beispiel besseres vegetarisches Essen in der Kantine oder was auch immer einem da einfällt, bis hin zur Weltrevolution quasi. Ich glaube, die haben wir ausgeklammert. Inspiriert waren wir von verschiedenen Quellen natürlich. Ich will nur eine gerade nennen. Gabriel Baunach, Hoch die Hände Klimawende, war ein ganz wichtiges Buch für uns. Wir glauben, ein Larncircle ist genau das richtige Format für dieses Thema, weil erstens muss man sich so ein bisschen in der Reflexion befinden, um mal sein eigenes Ziel zu finden. Was ist eigentlich meine Mission in Bezug auf Nachhaltigkeit? Dann geht es viel darum, auch, sage ich mal, mit den eigenen negativen Emotionen klarzukommen. Denn das, warum man nicht aus dem Quark kommt in Bezug auf Nachhaltigkeit, hat ja häufig gar nicht damit zu tun, dass man zu wenig weiß über das Thema, sondern dass man sich eher selbst auf den Füßen rumsteht. Und zum Dritten geht es natürlich auch darum, sich gegenseitig accountable zu halten und nachzuverfolgen, was man sich vorgenommen hat. Also alles gute Gründe, daraus einen Lerncircle zu machen. Und der Call for Action wäre in diesem Fall, dass sich vielleicht Leute finden, die Lust haben, den mal auszuprobieren. Entweder in dieser Runde oder vielleicht in eurem Bekanntenkreis. Also da gibt es vielleicht Menschen, die ihr kennt, die auf solche Themen schon immer mal Lust haben. Und dann könnten wir den mit den Menschen verproben. Gut, was sagst du? Was ist noch dein Votum? Was hätte ich noch sagen müssen? Ich finde, du hast es gut gebracht. Wir haben wahnsinnig viel Material gehabt. Wir hatten genau diese Frage. Wahnsinnig viel Zeug, was man da noch hätte mit reinbringen können. Und wir haben da halt sehr gekämpft um alles, was drinbleiben darf. Und sind aber trotzdem sehr, sehr froh, wenn wir eine Rückmeldung kriegen, ob das jetzt tatsächlich die Inhalte sind, die weiterhelfen, wie das in den Gruppen erlebt wird und so. Und da würden wir uns sehr freuen auf viel, viel Feedback dazu, damit der Leitfaden immer besser wird. Und selbstverständlich ist der auch ganz prima geeignet, um ihn in Unternehmen zu verwenden. Das muss man mal ganz klar sagen, damit das da eben so ein bisschen aus Spezialistenwissen rauskommt und so mehr die Breite getragen werden kann, jetzt über so eine allgemeine Belehrung hinaus. Das wäre mir vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Wir sind gerade noch zwei super Selling Points eingefallen. Das eine ist, dass wir uns ganz breit bedient haben bei allen möglichen anderen Quellen. Zum Beispiel nutzen wir auch einen Climate Action Canvas. Also das gibt es ja bei vielen Leitfäden. Also mir fällt zum Beispiel der Community Canvas ein, den ich sehr praktisch finde. Und da gibt es eben auch einen Climate Action Canvas. Der ist nicht von uns, aber den bedienen wir quasi über diesen Leitfaden. Und das andere ist, dass in dem Team nicht nur Ruth, sondern auch andere halt Psychologen sind. Und da geht es eben auch viel darum, wie kommt man von von so vagen Klimagefühlen in die Aktion und wie kann man das in der Gruppe unterstützen, sodass das auch wirklich funktioniert. Ja, und dann ist das ja sowieso eines der großen Heilmittel in dem Thema, in die Aktivität zu kommen, dass man sich zusammenschließt in der Gruppe. Das ist ja sowieso das, was man braucht. Also nicht nur bei LARN-OS-Leitgruppen, sondern auch, um etwas zu tun für eine gute, nachhaltige Zukunft, die eben nicht unseren lebensnotwendigen Ressourcen verschwendet. Danke euch! Euer Applaus! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank.